Kohlsamen. Ah, wird eingesammelt. Okay, das heißt also, wir müssen uns davon... Es kann doch nicht sein, dass wir nirgendwo mehr Kohlsamen haben. Vielleicht habe ich ihn hier reingekriegt. Rote Beetesamen, Zwiebelsamen, bringt mir alles nichts. Wir machen da die Karotten-Samen rein. Dann schaue ich mal ganz schnell... Ja, die Richtung ist falsch. Schaue ich mal schnell hier rein. Haben wir hier noch irgendwelche Samen? Nee, nee, nee. Dann schauen wir kurz mal nach der Verwaltung. Was? Wie so viel Messer? Ich habe denen neun fucking Messer gegeben. Neun. Das schaue ich mir schnell mal nochmal an. Weil Fleisch brauchen wir in jedem Fall. Egal, was wir hier kochen und so weiter. Fleisch ist nötig. So. Jetzt gucke ich mal, wie es hier mit Messern aussieht. Steinmesser. Ich habe doch... Stöcke sind auch komplett weg. Habe ich hier noch Stöcke. Stöcke. S. Ach komm. Stöcke. Na gut, dann nehmen wir hier... Das Steinmesser machen wir mal da rein. So, und dann... Warum? Da ist Kohlsamen. Alles klar. Das ist mal, hat sich alles gelohnt. Wir bauen... Wir brauchen Stöcke. Wir brauchen mal wieder furchtbar viele Stöcke. Ich gehe Stöcke sammeln. Muss so sein. Und jetzt wäre ich beinahe... So. Ich gehe Stöcke sammeln. Weil er das so will. Was? Tollkirche? Nein. Stock. Stock. Wir hauen den jetzt so viele... Fucking... Oh, das muss doch ein Bug sein. Es muss doch ein Bug sein, dass die... So viele von den fucking Messern verbrauchen. Aber es hat ja den Vorteil, dass wir jetzt... Ich muss das besser sortieren, ne? Ich meine, ich muss mich hier jetzt nicht beeilen. Ach, das geht auch schneller. Oder? Oder? So, mal schauen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, Brunnen reicht aber noch. Oder hier haben wir hier irgendwas. Alles gut, kein Status. Alles so weit okay. Leopolda ist immerhin meine. Habe ich mir die Älteste... Ich habe mir... Naja, fast die Älteste geholt. Gut. So, was wollte ich machen? Ich wollte... Nein. Ich wollte noch mehr. Okay. Hallo. Stein... Messer. So. Oh, und Stroh. 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 So. Tonbewurf haben wir welchen? Jawohl. Wir schnappen uns jetzt auch mal nochmal die 6. Ist das die Schaufel? Ja. Sechs mal Ton. Materiallager 2. Was macht das? Aber hier war ja noch mehr. Und das wächst ja zum Glück nach. Mhm. Oh, ähm, ähm, ja. Ich habe da was ganz Wichtiges vergessen. Äh, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Uhu. Wow. Dann nehmen wir kurz mal den Schlauch. Auf die 7. Auf die 7. Dann. Dann. Auf die 7. Ähm, 7. Jawohl. Zack. So, und jetzt können wir wieder ein bisschen tun. Da war doch noch welcher, wo ich war. Jawohl. Dann brauchen die nämlich nicht so viel. Ist ja gut jetzt. So. Geht's hier noch weiter? Jawohl. Nur Ton habe ich noch nicht einen einzigen Schatz gefunden. Das war es aber jetzt, ne? Ja, wenn ich hier weiter renne, kommt nur Wald und Straße. Gut. Aha. So, gucken wir mal ganz kurz, wie spät ist. Ah, Technologie. Was haben wir da? Ach so, genau. Was ist das? Aha. Ein Lager. Einer nicht. Vielleicht wenn ich wohne. Ja. 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 Ach, dafür muss man erst mal bauen. Gut. Das bringt mir ja alles nichts. Aha. Steinspeer, naja komm, Vogelfalle, na, Holzlagerfeuer, brauchen wir nicht. Kleines Fischern. Ja, gut, den Bogen, jetzt brauchen wir den nicht mehr. Ist so dreimal verwendbar. Baut es aber schon teuer. Und Leingarn habe ich doch nicht. Leingarn müssen wir alles nochmal machen. Gut, wir bringen das da mal zurück und dann gehen wir auch wieder schlafen. Also, ich wollte wissen, wie spät es ist. Ja, ist ja gut. Ach so, warte mal, ich wollte erst noch. Etwas ablegen. Und zwar den Ton. Ton. Haben wir wieder neuen Tonbewurf, genau, wollte ich auch noch gucken. Nein. Den haben wir jetzt komplett, aber wir gehen jetzt erst mal schlafen. Müssen wir jetzt nämlich massiv machen, weil sonst... Die Bauern, ja, ist klar. Ich liebe dich, jawohl. Das war's, jetzt. Das war richtig. Okay, ach, das war's schon. Wow. Aha. Komm, dann kriegst du auch noch. Oh, Joko. Ich glaube... Super. Mach's gut, mein Lieber. Jawollo. So. So. So war's richtig. Alles klar. Wir haben begattet. Es ist alles gut. Ähm, was wollte ich machen? Der Sächschen ist richtig. So. Okay. Wenn wir das da gemacht haben, können wir eigentlich uns um andere Dinge kümmern. Dinge. Dinge. Alles, alles, alles. Das gibt wieder richtig viel. Gut. Dann würde ich sagen... Diese Richtung. Ja, komm. Einfach rennen. Ähm, schnell mal schauen. Kupfer. Pfeil 7.11. Ja. Ist egal, passt. Bären. Ach, die wären jetzt auch reif, ne? Egal. So. Mal gucken. Wo bin ich? Da. Wo bin ich hin? Ah ja. Wo bin ich hin? Gehen wir hin. Immer schön in diese Richtung, weil das, glaube ich, führt uns an einer Stelle zu einer Sache, die uns sehr viel weiter bringt. Na, komm. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht stinke, wenn ich da hinkomme. Ah, Holzschaufeln, okay, naja. Ah, das ist eine Kiste. Immer? Immer? Ja, klar, alle. Haben wir da noch was? Ja, Stöcke. Stöcke brauchen wir immer, aber... Der wollte das gerade vergraben und ich war einfach früh genug da. So. Ach Gott, ja. Ist okay. Wir sind doch jetzt nicht bei The Long Dark, oder? Wir machen eine Sonderquest für den König. Wie weit haben wir es noch? Ein gutes Stück. Die Hälfte haben wir. Aber mit ein bisschen Glück. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Kupfer holen, oder so. Was ist das? Nichts. Nur schnell nochmal gucken. Schwanger. Sie ist schwanger. Es steht dabei. Es ist fantastisch. Ich habe ein Kind angefangen. Darf man das so sagen? Ist das richtig? Ist das korrekt? Es ist auf jeden Fall nicht schlimm. Was ist das da hinten? Das ist ein Bär. Was aber auch heißt, dass wir unter Umständen erst mal speichern. Ist das hier? Ne, ist das noch? Oh, komm. Was ist das da hinten? Ich habe mich über Foreknocken. Ich habe mich über Tap preocupen. Oh, meine Güven. Das war immer bei uns, wenn es zu schauen. Ich habe mich über dampfriesen Ich habe mich über policy brakeine, Ich habe mich über gelernt. Und hier ist ja auch ein Value succeed. Vielen Dank.